Hallo Leute, heute in Elektrozehnung 5 Minuten, Stichwort AL-Zahl, was ist denn das? Also im Bezug jetzt zum Transformator-Thema. Und die AN-Zahl ist die Induktivität pro Windung. Also das ist die AL-Zahl. Und wenn ihr jetzt quasi eure Induktivität L1 ausrechnen wollt, dann funktioniert das ganz einfach über N mal diese AL-Zahl. Aber nicht vergessen, bei N braucht ihr ein Quadrat. Das gleiche funktioniert auch für euer L2. Das ist nur N2 mal AL und wieder nicht vergessen euer Quadrat. Ja, das war's schon wieder in diesem Video, war ein sehr kurzes Video, weiß ich. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, würde ich mich über so einen Daumen hoch freuen von euch. Wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Elektrotechnik in, wie immer, 5 Minuten.